Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen ASMR. Heute sage ich es immer auf deutschem Video. Und mir sind in den anderen Videos aufgefallen, dass ich manchmal so ein bisschen gekrömmt sitze. Ich glaube, mein Stuhl ist zu hoch für das Mikrofon, deswegen gehe ich immer so ein bisschen runter. Aber naja, dann ist das so. Es ist auf jeden Fall super warm, gerade in meinem Zimmer. Deswegen schmeißen wir einfach mal meine Haare nach hinten, bevor wir mit den Chiggern starten. Ein kurzes Live-Update, mein aber einfach so ein bisschen Ramble Talk. Und zwar habe ich mich nicht gestern Nacht, sondern die Nacht davor irgendwie im Schlaf verlegen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich hatte das noch nie. Ich bin in der Nacht aufgewacht, weil ich solche Schmerzen hatte. Und ja, das habe ich jetzt gerade immer noch. Also irgendwie in meinem unteren Rücken, rechts und links, wo ich mir auch schon dachte, das sind dann irgendwie die Nieren oder irgendwie sowas. Und dann habe ich das noch einmal bei meinem linken Schulterblatt. Ja, und das ist irgendwie ein bisschen bettlastend. Ich meine, ich kann ganz normal so meinen Alltag bestreiten. Aber manchmal, so zum Beispiel jetzt fällt mir das immer wieder auf, dass ich da Schmerzen habe. Ja, mein Freund hat mir da schon so Pferdesalbe drauf geschmiert. Das hat sich irgendwie ganz gut angefühlt. Aber ja, mal schauen, wo mich die Reisen reinführt. Ich habe echt keine Lust, zu so einem Orthopäden oder so zu gehen. Ich glaube, ich arbeite einfach so ein bisschen mit Wärme. Das Ding ist ja auch, dass ich fast jeden Tag Yoga unterrichte. Ja, und in ein paar Stunden muss ich wieder Yoga unterrichten. Und ich bin mal gespannt, wie das dann so funktioniert und dass da alles reibungslos klappt. Weil Sport habe ich jetzt seitdem noch nicht gemacht. Das ist ja erst morgen quasi gewesen, Montagabend. Und falls ihr da irgendeinen Tipp für mich habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ob ihr das irgendwie kennt, wenn man sich im Schlaf so verlegt. Ähm, ja. Also kurz dachte ich ja auch, ob das halt von meiner Yoga-Stunde kommt oder vom Sport an sich. So, weil ich halt so viel Sport brauche. I don't know. Ja. Heute unboxen wir auf jeden Fall die Trendbox. Die Box ist schon vor einigen Tagen bei mir angekommen. Und ich habe auch schon mal reingeguckt und einige Produkte davon schon verwendet. Aber ich glaube, die meisten Produkte habe ich schon wieder vergessen. Und ich hoffe, wie immer, dass sich dieses Video entspannt und dir vielleicht beim Einschlafen hilft. Ich versuche heute zwei Videos zu drehen. Dieses ist obviously ein ASMR-Video. Und das andere Video wird dann irgendwie so ein Live-Update. Auch ein bisschen Tramble-Talk sein. Ähm, das wird dann aber mit meiner normalen Stimme sein. Und nicht ASMR. Übrigens habe ich auch wieder neue Nägel. Ich war dieses Mal ein bisschen unkreativ und habe deshalb einfach so normale French-Nails wieder genommen. Aber dazu muss ich auch sagen, dass es echt so ins Geld geht. Na, hallelujah. Na ja, fangen wir jetzt an mit den Sachen von der Trend-Trader-Box. Starten wir mit dem Heftchen. Und dazu habe ich auch eine ganz lustige Story. Und zwar kenne ich eine von diesen beiden Models. Und zwar kenne ich diese Person hier. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich darauf sagen, wie sie heißt. Sie heißt auf jeden Fall Alina. Und ja, ich hatte tatsächlich selber schon Fotoshootings mit ihr. Für so ein Brautshooting. Und ja, die ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und ja, ich mag die sehr gern. Finde ich ganz lustig, dass die hier drauf ist. Also, grüße ihn raus. Annalina. Und ja, die Box ist natürlich vegan. Also, für mich ist sie vegan. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt für alle vegan ist. Aber es war mal so, dass sie, ähm, dass es sie einmal der vegetarischen Version gab und einmal der vegan. Aber sie ist immer nachhaltig, darauf wird halt sehr viel Wert gelegt. Und ich glaube, ich werde in diesem Video auch so ein bisschen, ähm, Soft-Speaking machen. Ich hoffe, dass es für, ja, einige von euch in Ordnung. Das Motto der Box lautet Summer Vibes. Übrigens, kennt ihr diese Leute, die Summer Vibes sagen? Wo ich immer denke, das ist nicht Vibes, das ist Vibes. Vibes. Das haben wir damals im Englischen Unterricht gelernt. Wie war's? Vibes. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht falsch bin. Einmal kurz Klo scheißen. Ja, ich musste übrigens jetzt, ähm, die Sensibilität, oder die Sensibilität von diesem Mikrofon etwas herunterstellen. Da mein Laptop wieder so laut ist. Es ist so, 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 so laut. Fangen wir an mit dem ersten Produkt. Und das ist eine Tuchmaske von Tautropfen. Und wie ihr seht, habe ich diese Maske schon genutzt. Ich kann euch auch mal ein sexy Bild von mir einblenden. Ich glaube, ich habe die Maske gestern oder vorgestern benutzt. Und die, ja, hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt. Ähm, die hat sich so angefühlt, als würde es in meiner Haut danach besser gehen. Machen wir weiter mit einem Produkt, was ich mir schon sehr, 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 sehr oft privat gekauft habe. Und zwar sind das Datteln von Seeberger. Die sind entsteint und sehr süß. Also die könnt ihr gut in euer Müsli geben, in Sporridge oder damit backen. Aber man kann mit Tatteln auch herzhafte Sachen machen. Also ich würde das jetzt nicht essen, aber meine Mutter hat immer so Tatteln im Speckmantel gemacht. Also ja, sehr vielfältig einsetzbar. Dann haben wir ein paar. Dann haben wir einen Bag und Backpack von Not A Bag. Okay, funny. Ja, wie ihr seht, könnt ihr das einmal so als Tragetasche benutzen und einmal als Rucksack. Finde ich sehr gut, dass dieses Produkt drin enthalten ist. Denn, ähm, ja, so ein Beutel kann wirklich jeder benutzen. Und übrigens, ich glaube, ich muss echt wieder zum Friseur. Aber, ähm, man sieht das noch so ein bisschen, aber ich hatte mal Banks. Also so eine Art Pony. Und der war eigentlich so kurz. Und meine Haare wachsen so schnell. Die sind jetzt schon wieder, ja, bis zum Kinn. Und dann mache ich die Haare immer hinter meinen Ohren. Aber dann haben die so eine komische, so eine Ecke. Oder ihr wisst ja, was ich meine? Oder so ein Dings halt. Ja. Keine Ahnung. Da muss ich mal schauen, was ich damit mache. Das nächste Produkt ist von Sommentor. Und zwar haben wir hier ein Gemüsetopping. Und von Sommentor hatten wir schon ein paar andere Produkte in der Trend Trader Box. Und ich muss sagen, ich bin echt nicht so die Königin im Fürzen. Da ist mein, ja, Partner viel besser drin. Und ich glaube, das werde ich ihm schenken. Denn, obwohl, das kann man bestimmt einfach gut auf eine Stulle oder so drauf machen. Da sind Brennnessel drin. Flohsamen, Pastinaken, Tomaten, Ringe, Blumen und Schwarzkümmel. Okay, hier steht Gemüse, vegane Gerichte und Hummus. Oh, vielleicht schenke ich es auch noch nicht meinem Freund. Sorry. Aber, 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 wir haben hier noch ein weiteres Gewürzprodukt, würde ich sagen. Und zwar, das ist ein Meersalz, Meersalz-Gewürzmischung mit Tomaten von Amodeo. Oh, das hört sich ja auch mega lecker an. Oh, okay. Mir fällt gerade ein, mein Freund wollte, mein Freund wollte morgen Bruschetta machen. Übrigens, da, da erscheinen sich auch die Geister, ne? Einige sagen hier Bruschetta und andere sagen Bruschetta. Ich glaube sogar Bruschetta ist richtig. Aber ich bin mir nicht sicher. Sobald es irgendwie Italiener oder euch sind, schreibt es gerne in die Gürtel. Also, ich bin mir nicht sicher. Übrigens sind in dieser Box sehr viele Sachen für Glass-Tapping. Ich habe mir tatsächlich auch schon das Unboxing von Anna Whispers und von Duri Aesemar angesehen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber, also für mich wird das halt nicht langweilig, na, weil ich die beiden einfach voll gerne mag. So als Aesemar-Test. Hier haben wir es mit einem alkoholfreien, spritzigen Rosé zu tun von Wien. Ade. Wien. Ade. Okay. Okay. Diese Aioli hatte ich auch schon mal in meinem Kühlschrank. Das ist eine Aioli, eine vegane Aioli von Naturata. Aber mehr als Bio. Okay. Dann machen wir weiter mit ein bisschen Papier-Tapping. Das habe ich auch gerade bei Duri im Video gesehen. Und zwar ist hier ein Armband oder ein Fußband drin. von der Marke Live-Free made by Nami. Und so wie ich das gerade bei Duri ausgehört habe, hat das irgendwas mit Bali zu tun, dass da Müll gesammelt wird. Auf jeden Fall, natürlich ist das nachhaltig, ist es in dieser Box drin, aber, ja, es ist auf jeden Fall noch verpackt. Und, ja, ich habe schon sehr viel Schmuck und auch Fußbändchen. Und natürlich könnte ich dieses Bändchen jetzt in meine Kollektion mit hineinnehmen. Aber da einige Geburtstage anstehen und ja auch Weihnachten, werde ich dieses Fußbändchen jetzt einfach verpackt lassen. Oder das Armband. Und es dann weiter verschenken und jemand anderem eine Freude bereiten. Als nächstes haben wir ein kosmetisches Mundpflegespray. 10ml Sativa von Herbless Belly. Herbless Belly. 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 Herbless Mundsprays werden zur Pflege des Mundraums verwendet. Nicht verwenden während der Schwangerschaft oder Stillzeit. THC frei, vegan und made in Berlin. Perfekt. Perfekt. Okay, okay. Also hier steht drauf, dass CBD Sativa pur ohne viel Schnickschnack für diejenigen, die das Hanfaroma gerne pur mögen. Ich habe mich jetzt gefragt, ob das dann auch so eine entspannende Wirkung haben soll, wenn da CBD drin ist oder ob es nur um die Mundpflege geht. Das ist jetzt die Frage. So sieht die Verpackung auf jeden Fall aus. Ich werde es jetzt nicht ganz auspacken, aber hört sich auf jeden Fall interessant an. Okay, Freunde der Sonne, wir haben noch zwei Produkte. Zwei Produkte übrig. Zwei Produkte. Zwei Produkte. Als nächstes haben wir einen Kombucha. Oh yeah, liebe ich! Ego Kombucha, biologisch, probiotisch, energy shot, mit Matcha und Koffein. So sieht das Ganze aus. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich bin mal gespannt, ob das schmeckt, aber to be honest, ich glaube, das schmeckt ziemlich bescheiden. Ich glaube, das ist einfach so ein Gesundheitsprodukt und wird nicht gut schmecken, obwohl die erste Zutat ist kaltgepresster Bio-Apfelsaft. Und dann kommt Bio-Matcha-Tee und dann fermentiert der Bio-Typen. Okay, könnte, könnte, vielleicht doch schmecken. Also ich werde es wissen, aber nicht jetzt, sondern wenn ich es dann probiere. Okay. Okay, Leute, Finale. Finale, Finale, Finale. Finale, 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 Finale. Ich weiß nicht, ob das ein angenehmes Geräusch oder ein eher unangenehm ist. Ich fächere euch ein bisschen mit zu lang, okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fächer. und mein Fächer ist orange und ja, ich besitze kein Fächer, jetzt schon finde ich interessant ich weiß gar nicht, von welcher Marke okay, vielleicht ist das wieder so ein Geschenk von Trend Trader oh, mein Hundi, mein Hundi wird warten, seht ihr das? Lucky, entspann dich, entspann dich go on down, go on down weil sonst fällt er hier gleich wieder die Sachen bekloppt okay, dieser Fächer ist von JustFans.de und genau der besteht nicht ah, der besteht aus 100% recycelbaren Plastik hätte ich mir jetzt was gedacht, muss ich sagen okay so ihr Lieben, ich hoffe, dass das Video euch ein bisschen entspannt hat ich habe ja tatsächlich doch jetzt eher wieder Rispering gemacht und ja das war auf jeden Fall das Trend Trader Unboxing für den Monat August und ein bisschen Rambling genau ich freue mich auf jeden Fall jedes Mal, wenn ihr mir Feedback gebt und wenn ihr meine ASMR Videos mögt und ja, ich werde jetzt im Anschluss ein normales Video drehen ähm, genau mit meiner normalen Stamm genau ich wünsche dir eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ins these die ... die ...